Moin Leute, es ist Dienstag, 19. Oktober. Ich melde mich ein bisschen später heute bei euch. Ich habe heute schon zwei Schulveranstaltungen durch. Heute gut 200 Schüler mit einem Impulsvortrag gehabt. Hat richtig Spaß gemacht, tolle Schulen. Einmal hier in Coburg wieder, Mittelschule. Das ist in Bayern dann noch der Hauptschulzweig. Dann in Neustadt bei Coburg, auch eine Mittelschule. Heute war es schon sehr speziell, weil als ich über Diskriminierung, Rassismus, Mobbing-Erfahrung auch bei mir selber erzählt habe, dass dann ein junger Mann, ein schwarzer junger Mann, dann angefangen hat so zu weinen, so vor mir in der ersten Reihe. Und das ist dann schon schwierig so für mich. Ich wünschte, der jüngere Philipp hätte das mal so gesehen, was das so ausmachen kann, wenn man aufgrund Äußerlichkeiten reduziert würde. Ich habe das nur erzählt, wie es bei mir war als junger Mann. Aber ich hatte ja den großen Vorteil einfach in England, ich musste nur die Sprache lernen. Klar war ich Deutscher, aber im Endeffekt war ich ja trotzdem ein weißer, kleiner, dicker Junge. Und jemand anderes kann vielleicht nicht aus seiner Haut, obwohl er es raus will und so. Es ist eine schwierige Diskussion jetzt auch auf diesem Kanal und so. Aber es macht mich dann schon nachdenklich, wenn ich dann so aus diesen Vorträgen so rauskomme und solche Dinge dann erlebe und dort sitze. Und es ist auch immer wieder wichtig, dass ich das so erlebe und mich damit beschäftige, mit dem alten Bastard Philipp. Und umso wichtiger, dafür einzustehen, irgendwie das zu umgehen und kein Teil mehr davon zu sein, selber darauf zu achten, nicht zu diskriminieren, nicht rassistisch zu sein. Alles in den Möglichkeiten und aufzuklären dagegen und so weiter. Es hinterlässt einfach tiefe Spuren und sollte jetzt gar nicht so dramatisch heute jetzt sein. Es ist jetzt Mittagszeit. Es ist ein Riesendrama, hier in Bayern irgendwo ein Leberkäsbrötchen zu kriegen. Hätte ich nicht gedacht. Ja, das versuche ich jetzt auf jeden Fall. Ich möchte unbedingt ein bayerisches Leberkäsbrötchen, aber ansonsten ist hier um die Ecke auch ein amerikanischer Sandwichladen. Nee, nicht McDonald's, nicht Burger King, sondern einfach wirklich jemand, der da selber Sandwiches macht. Lächelt mich auch immer mehr an, wenn ich jetzt gleich nichts kriege. Ich habe jetzt als nächstes gleich um 14.30 Uhr bei dem lokalen Radiosender 1, Radio 1 Coburg, irgendwie ein kurzes Interview. Ich muss ehrlich gestehen, richtig Bock drauf habe ich gerade nicht. Ich habe auch noch einen Podcast am Donnerstag. Und es ist, man kann das vielleicht nicht so ganz vergleichen. Ich weiß, das versteht kaum jemand, aber wenn man so auf der Bühne ein paar Stunden ist und dann redet und redet, das ist sehr energieraubend. Ich weiß, ich will das nicht vergleichen mit irgendjemandem, der Maurer, Dachdecker oder sonst was ist und so weiter. Das ist eine andere Anstrengung, aber es ist auch eine sehr große Kopfanstrengung. Und ich hätte mich jetzt eigentlich gefreut, mal kurz so 20 Minuten Pause zu haben oder eine halbe Stunde. Aber jetzt bin ich gerade aus dem Vortag raus, war schnell im Hotelzimmer, habe mich umgezogen, weil es ist schweinekalt hier geworden in Coburg. Irgendwie 8 Grad gefühlt. Ich sitze im Auto, habe schon Standheizung an. Ich habe Gott sei Dank an Mercedes mit Standheizung Gebrauch gekauft. Und versuche mich ein bisschen aufzuwärmen. Gehe jetzt gleich los durch die Stadt. Es regnet, es nieselt, es ist wunderbar, wunderbar. Ich wollte heute eigentlich schön auf die Coburg hochgehen, aber das verschiebe ich wohl auf morgen, weil heute wirklich das Wetter sehr, sehr bescheiden ist. Aber ich kann es mir auch noch nicht vorstellen, nachher die ganze Zeit auf dem Hotelzimmer zu liegen, da abzuhängen und so weiter. Das ist so noch so gar nicht meine Welt. Mal gucken. Mal gucken, was der Tag noch so bringt. Ich habe jetzt hier auch keinen Regenschirm oder so. Ich wollte mir eigentlich immer mal einen Regenschirm ins Auto legen. Kennt ihr das, wenn man es dann braucht? Das Geile ist, meine Marisa hatte mir eine neue Derbejacke geschenkt. So ein Friesennerz, also eine schöne, dicke, ölige Regenjacke sozusagen. Die hatte ich dann mit bei Lars seinem Geburtstag. Dann habe ich sie im Taxi vergessen. Der Taxifahrer hat die dann wieder geholt und gebracht. Jetzt liegt sie im Sein Taxi. Jetzt hat er sie vorbeigebracht. Ich habe sie auf jeden Fall nicht mit. Dann, wenn ich eine Regenjacke brauche, ist sie nicht dabei. Ansonsten bin ich gut drauf. Ich habe viel Spaß hier. Heute Abend gehe ich schön bayerisch essen. Da freue ich mich richtig drauf. Heute wird ein Schweinsbraten oder eine Haxen reingezogen. Mit Klöße, mit dicker Soße, mit einem Bierchen. Und da habe ich richtig Bock drauf. Das mache ich heute. Alles andere zählt nicht. Alles andere ist egal. Jetzt nehme ich euch auf jeden Fall gleich mit zum Radiosender. Ich gehe jetzt erst mal los. Leute, bis gleich. Hier ganz geheim nehme ich euch mal mit. Hier war ich bei Radio 1. Radio 1 Energy, Radio Galaxy. Ich habe einen Podcast aufgenommen und heute für die Live-Sendung. Ich gebe es ganz ehrlich zu, ich hatte gar keinen Bock. Aber der Radiomoderator war mega nett. Nettes Gespräch. Kommt morgen Abend auch zum öffentlichen Vortrag. Und ja, ich wollte drinnen nicht filmen. Obwohl ich die Kamera schon rausgeholt habe, weil die Stimmung geht so. Einige wollen halt das nicht zeigen, wie das bei ihnen ist. Und das ist auch hier gutes Recht. Ich kann ja auch nicht zu jedem immer in die Firma reinkommen oder irgendwo rein. Und ich sage, ich bin Philipp Schlaffer, hier wird jetzt gefilmt. Aber was jetzt so echt schade ist, ist hier das Wetter. Ein bisschen in Chorburg. Hier ist auf jeden Fall viel. Oh, Radio scheint sich noch zu lohnen. Vielleicht hätte ich mal mit Radio anfangen sollen. Nicht mit YouTube. Naja, was soll's. Und jetzt geht es hier auch noch nach Essen. Oh, ich freue mich heute so auf Bayerisch essen. Leute, wenn ihr da wüsstet, wie ich mich drauf freue. Ich habe so richtig Bock, einfach hier mehr was reinzuschaufeln. Ein schönes fränkisches Bier. Heute geht es mir wieder richtig gut. Und jetzt fällt auch so, ich weiß, ich kenne dir das auch so von der Arbeit, wenn man so alles erledigt hat. Und man weiß eigentlich, man hat einen mega stressigen Tag schon genervt. Schon morgens zum Frühstück runter, sieben Uhr und dann los und durch. Und dann ist es jetzt irgendwie 15.30 Uhr und dann fällt der Tag so von einem Abend und sagt, oh, ich habe jetzt so gar nichts mehr vor. Ich müsste nur so zwei, drei E-Mails noch machen. Aber die eilen auch alle nicht. Da habe ich mich sowieso schon gelöst. Und Nachrichten, so WhatsApp, lasse ich auch mal eine Woche liegen. Wenn es nicht wichtig ist, ist es nicht wichtig. Ich kann auch damit leben, wenn jemand mich unwichtig findet und lässt auch eine Nachricht liegen. Und deswegen werde ich jetzt gleich gucken, dass alles so ein bisschen von mir abfällt. Ein bisschen Stress runter. Und dann gucke ich mal, ob ich irgendjemanden finde. Ich glaube, zwei aus Coburg haben sich gemeldet, die mit mir essen gehen wollten. Zumindest sich dazu setzen. Das Problem ist, wenn ich das mache, dann muss ich vielleicht wieder labern. Und da weiß ich noch nicht, ob ich da Bock drauf habe. Das tut mir leid, dass ich nicht so ehrlich bin, Leute. Ist aber so. Ich gehe jetzt erst mal zum Hotel. Und Leute, ich hätte gerne heute wieder im Brauhaus gefilmt. Ich habe gefragt, kam nicht so gut an. Was mit den anderen verpixeln und so weiter. Ich sage, ja, klar mache ich später. Nee, kann ich nicht. Weiß ich nicht, wie das geht. Ich habe auf jeden Fall eben Coburger Klöße gegessen. Ich muss mal sagen, habe ich noch nie vorher gehört im Norden, dass Coburg besondere Klöße hat. Mega lecker. Irgendwie so rutschige Kartoffelklöße, die fast vom Teller rutschen. Schön matschig. Mega geiles Sauerkraut habe ich auch noch nie so gegessen, so gut. Aber ich sage mal, das, was vom Schwein da kam, das war eine Portion für drei Leute. Ich habe ein bisschen Kruste gegessen, habe ich ein bisschen was rausgepult. Ist so schade, warum. Ich ärgere mich immer, wenn so Essen so viel weggeschmissen wird. Und ja, das ist dann immer schön blöd. War auf jeden Fall mega lecker. Geiles Bier haben die da in so einem Hausbier. Das ist Festerbier, Coburger Festerbier. Coburger Festerbier oder was, keine Ahnung. Auf jeden Fall richtig lecker. Mir ist jetzt sehr langweilig. Es ist Viertel vor sieben. 18.45 Uhr, wer das nicht versteht. Und es gibt leider in Coburg keine Raucherkneipen. Das finde ich sehr schade. Wir haben ja in Schleswig-Holstein gibt es ja noch Raucherkneipen, über 18. Und die soll es in Bayern wohl gar nicht mehr geben. Aber ich werde mich jetzt ganz alleine in meinem, als Mensch ohne Freunde, alleine in die Kneipe setzen und dort noch zwei Bier trinken. Dann gehe ich nachher aufs Hotelzimmer, versuche wegzuschlummern. Morgen wird ein harter Tag, morgen ist der öffentliche Vortrag. Und morgen früh ist dann auch nochmal Schule. Es ist noch genug zu tun. Ich habe noch genügend zu tun. Ich glaube, morgen esse ich mal was anderes als was, also was Bayerisches. Ich glaube, morgen werde ich dann versuchen, mir irgendwo zwischendurch mittags irgendwie was beim Italiener, ein paar Nudeln zu gönnen, weil abends habe ich keine Zeit, Vortrag danach wird es mit Sicherheit auch lange. Und dann schiebe ich mir irgendwas mittags rein. Jetzt muss ich hier erstmal suchen, wo jetzt hier am Markt 11 soll hier eine Kneipe sein zum Humpen. Sieht nicht so aus. Ich hoffe, dass ich das gleich finde. Ich müsste sonst mein Handy gleich anmachen. Ja, und das heißt, morgen werde ich mich so versorgen, zu viel nur deutsche Küche kann ich nicht essen. Ich bin einfach ein Nudelkind und italienische Küchekind. Ich mag das einfach zu gerne oder zwischendurch mal irgendwie Fisch. Aber jetzt muss ich hier erstmal gucken, wo jetzt hier, wo ist jetzt hier, äh, wo ist jetzt hier, äh, so, wo ist jetzt hier zum Humpen. Ich hatte doch eingegeben, Kneipe, Kneipe Coburg. So, und da kam zum Humpen raus. Jetzt habe ich hier keinen Empfang, weil ich hier in irgendeinem WLAN-Netz drin bin, was sich automatisch gezogen hat. Ach, das ist doch alles manchmal kompliziert. Außerdem vermisse ich meine Marisa. Ich bin einfach, ähm, gerne mit ihr zusammen und verbringe gerne Zeit mit ihr. So, 58 Meter Kneipe Humpen. In welche Richtung denn? Jetzt müssen wir es mal größer ziehen, 58 Meter. So, gucke ich denn schon in die richtige Richtung? Ne, da. Hä? Hä? Ich bin bescheuert, oder? Wo ist denn hier welches? Da ist Kaffeehaus. Neben dem Kaffeehaus. Da ist ein Depot, aber kein Humpen. Na gut, gehen wir erst mal gucken. Nicht, dass es mich auszusehen ins Kaffeehaus fällt. Das wäre ja ein richtiger Horror. Jetzt habe ich auch Lust, noch zwei Bier zu trinken. Und, Gott schleude, ich ging 8 Uhr ins Hotel, leg mich früh schlafen. Der, ja, reingelegt. Reingelegt. Richtig schön abgerollt. Das soll auf jeden Fall hier irgendwo sein. Okay, ich gehe jetzt hier nochmal gucken. Da ist das goldene Kreuz. Da ist ein Fahrradfahrer. Auf jeden Fall. Ich habe schon echt hässlichere Städte gesehen. Okay, hier ist das Pfandkuchenhaus. Nur mal, dass ihr es seht. Hier sollte eigentlich der Humpen sein. Gucke ich mir auf jeden Fall jetzt einfach mal an. Da steht Humpen. Da gehe ich jetzt hin. Steht auch schon ein Raucher draußen. Gefunden. Freue ich mich, Leute. Schade, dass keiner von euch dabei ist. Können wir jetzt hier ein schönes Bierchen trinken können. Aber muss ich jetzt gleich mal gucken. Hier zeige ich euch das, was ich gesucht habe. Und da werde ich gleich mal gucken, ob ich da einen Platz finde. Sieht aber jetzt nicht absonderlich voll aus. Ich schmeiße mir noch schnell eine Zigarette in den Mund. Und dann melde ich mich nachher, Leute. Ciao, Kakao.